Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Anlöse für Montag, den 21.10.2024. Ja, und unser DAX hat sich zum Freitag bullig gezeigt, aber doch ziemlich faul. Also wie geschafft hat er nicht, wir haben ja so rumgelegen und einfach einen coolen Maxen raushängen lassen hier, deswegen fand ich das Bild ganz passend. Wir hatten gestern darüber gesprochen, dass wir aufgrund der grünen Tageskerzen und so weiter schon das Risiko hätten, dass er oben rausgehen kann und haben aber insbesondere über die Möglichkeiten gesprochen, die er aus diesem Zurückziehen vom letzten Hoch hat. Das Zurückziehen vom Donnerstag, dieses neue Hoch nach unten, da hatten wir gesagt, er müsse halt die Tiefs unten rausnehmen, da unter die 550, 530 müsste er drunter, um da einfach nach unten ein bisschen was zu aktivieren, um irgendwie ein SKS zu bauen, also Richtung 400, dann runter, von dort wieder hoch, dann wieder da drunter das Brechen, haben erzählt, dass sowas aber langwierig ist und dass er es auch erstmal machen muss, aber er hat sie gar nicht gemacht. Er hat nicht mal im Ansatz versucht, die 550, 530 nach unten zu nehmen, hat die ganz im Gegenteil als Support genutzt, sich direkt nach oben gezogen und dann hat man ja gesagt, oberhalb von 600 und die hat er ja wirklich schon sehr, sehr, sehr früh überwunden, haben gesagt, oberhalb von 600 ist eher der Markt nach oben gerichtet, kann neue Hochs bringen. Ja, ein bisschen Zurückhalten war dann schon, darf man hier eben aber nicht negativ anlasten. Ja, das ist in einem Aufwärtstrend anders als in einem Abwärtstrend, komplett anders zu werten. Wenn im Abwärtstrend die Bewegung nachlässt, ist das komplett gegenteilig, wie wenn im Aufwärtstrend die Bewegung nachlässt. Wenn im Aufwärtstrend die Bewegung nachlässt, ist es eigentlich trendbestätigend und der Markt weist sich dann einfach weiter hoch sein. Ja, und deswegen brauchen wir es uns hier gar nicht so kompliziert machen. Alles über 600 ist und bleibt erst mal aufwärts gerichtet. Nächste Station wäre dann hier 37, dann haben wir unsere Linie bei mittlerweile nun 19.800, das ist ein wichtiger Punkt, dann die 19.895 sind auch im Tageschart jetzt die nächsten Anlaufstellen. Das kann er also erreichen, wenn er sich hier oberhalb von 600 bleibt und fleißig neue Hochs nachlegt, auch wenn er so ruhig bleibt, auch wenn er einen halben Tag da so ruhig bleibt, steht ihm das trotzdem frei hinten raus, dann eben weiterzuschieben. Das Einzige, was er machen könnte, um sich hier nach unten wegzustehen, wäre früh ein schönes Hoch auf die Xetra-Eröffnung, vielleicht sogar eine 37 anzuschlagen. Müsste es nicht zwangsläßig, aber wichtig wäre ein neues Hoch. Ein neues Allzeithoch zu setzen, kurz nach 9 Uhr, dann harte Umkehr, schön dynamisch wieder runter vom neuen Hoch, wegprügeln, nach unten neues Tagestief setzen, unter das Vortagestief zurück bei 6.40 und dann zuckt er bestimmt erst mal wieder hoch, hätte aber die Chance, dann den Roten Montag rauszudrehen und sich bis Tagesende durchaus nochmal in die 5.50, 5.30 runterdrehen zu lassen. Und wenn er das hinkriegt zum Montag, können wir am Dienstag unten mal Strecke machen lassen, zumindestens mal in die 400 rein anzielen, aber das muss er eben auch ersetzen. Er muss wirklich offensiv wieder ein neues Hoch abverkaufen, da das jetzt beim letzten Mal schon sehr markant war, würde das dann beim nächsten Mal noch mehr Dynamik kriegen, insbesondere in der Folge, in der Bewegungsfolge dann, und nicht wieder so verkümmern, aber er muss es setzen. Setzt er das nicht und bleibt hier oben einfach nur cool zur Seite, flacht Rückläufe, so träg ab, wie das am Nachmittag war, wäre das eher positiv und würde ihm nach oben raus Weiterfahrt geben. Und wie gesagt, dann sind 19.30, 19.800, 19.895 die nächsten Ziele auf der Oberseite, sollte man in diesem Sinne auch Long dann probieren, wenn hier eben die Ruhe drinnen bleibt und der Markt einfach immer wieder nur nach oben nachploppt. Es ist noch nicht der Moment, wo man da die großen Shorts auspacken kann. Das macht dann erst mehr Spaß wieder, wenn nach unten raus die Signale auch bestätigt werden. Wie hier am Vortag, wer eine gute Basis hätte, hätte halt nur seine 5.50, 5.30 nach unten mal rausnehmen müssen. Hat aber nicht getan. Das war unsere Bedingung für weiteres Abwärts. Nicht angenommen, unsere jetzige Bedingung wäre neues Hochabverkaufen und unter 6.40, unter 6.100 zurück. Unter 6.100 wird schon wieder ein Schuh draus, dann rein in die 5.50, 5.30, die kaputt machen und dann hat es schon wieder fast Platz bis 4.100. Ja, aber alles Step by Step und mit Ruhe und Geduld. So wird es was. Wer was erzwingen will, der kriegt es eh nicht hin. Freunde, ich mache hier zu und wünsche euch was. Gutes Gelegenheit. Bis morgen. Tschüss.